Namaste. Willkommen zu einem neuen Zatsanghäbchen aus der Serie Frag Edgar. Heute geht es um das Thema Christusbewusstsein. Spannende Frage, die ich da bekommen habe. Und zwar von Wilhelm. Der fragt, liebe Edgar, hast du das Christusbewusstsein? Was bedeutet es für dich? Kannst du mit dem Begriff überhaupt etwas anfangen? Wie siehst du das, was in den christlichen Religionen daraus gemacht wird? Wird, wurde. Wird, steht. Jo, coole Frage. Ich habe einen großen Vorteil bei diesem Fragetger-Häbchen. Die sind nicht live, wie früher bei den Live-Satsangs. Dadurch kann ich natürlich ein bisschen googeln, wenn ich das lese. Kannst du mit dem Begriff überhaupt etwas anfangen? Muss ich ehrlich gesagt zugeben, anfangs konnte ich das nicht. Ist halt ein Begriff, den ich verwende. Sagen wir mal so. Also musste ich schon nachschauen und habe gegoogelt und dann steht zum Beispiel, Christusbewusstsein ist die Bezeichnung für ein Bewusstsein, das mit dem Göttlichen in Verbindung steht. Ja, damit kann ich dann natürlich was anfangen. Wobei, für mich ist das die Mindestanforderung. Davon gehe ich aus. Davon sollte man ausgehen, bei jedem, der sich, was weiß ich, Satzang-Lehrer erwacht oder erleuchtet nennt, dass er so ein Bewusstsein hat, das mit dem Göttlichen in Verbindung steht. In permanenter Verbindung. Aber was mir schon an der Frage nicht gefällt, ist dieses, hast du oder ich habe einen. Das stimmt so nicht. Ich bin. Ich bin ein. Wenn, dann bin ich Bewusstsein. Ja, und wenn, dann bin ich, wäre ich dann quasi Christusbewusstsein, gefällt mir natürlich nicht, weil das so einschränkend ist. Viele haben Vorstellungen dazu, wenn sie dann nur den Namen Christus oder Jesus hören und haben da ganz bestimmte Vorstellungen, dass das dann mit ihm etwas zu tun hätte. Also wenn man Christusbewusstsein so definiert, dass es einfach Gottesbewusstsein ist, dass man Gott erfahren hat, dass man in Gott aufgegangen ist, dass man zu Gott geworden ist und Gott dann zu jemandem geworden ist. Und da kommt dann vielleicht sogar Christus ins Spiel, der zum Menschen wurde, wo es dann nicht mehr geht, wo ein Mensch die göttliche Erfahrung macht oder die Gotteserfahrung, sondern wo es darum geht, dass dieses göttliche Bewusstsein, dass wir in Wirklichkeit alle sind, es gibt für mich nur göttliches Bewusstsein. Und es gibt nicht das eine Bewusstsein, was der eine hat und das andere, was der andere hat. Das ist Verstand. Das ist menschlicher Verstand. Das hat mit Bewusstsein, so wie ich es sehe, nichts zu tun. Für mich ist alles das eine Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist Gott. Und wenn wir jetzt über Jesus sprechen, würde ich dann viel mehr darüber sprechen wollen, wofür Jesus für mich eigentlich steht. Nämlich für diese Menschwerdung Gottes. Für diese Auferstehung des Menschen in Gott. Nicht die Gotteserfahrung. Das ist einfach. Das ist eine einfache Übung. Der Aufstieg ist eine einfache Übung. Es geht um den Abstieg. Es geht um den Herabstieg des Göttlichen. Da empfehle ich dann zum Beispiel Aurobindo zu lesen. Oder alles, was mit integraler Bewusstseinsarbeit zu tun hat. Dieser Herabstieg, diese Avatarisierung. Das ist dann das, was man in den Avatar nennt. Wenn das göttliche Bewusstsein herabsteigt und die menschliche Erfahrung macht. Es geht nicht so darum, dass da jetzt Gott spricht. Gott spricht immer. Auch durch euch, durch jeden. Aber halt gefärbt durch Verstand, durch Ego, durch Ich-Identifizierung mit einer Persönlichkeit, mit einer Individualität. Aber im Prinzip Bewusstsein ist immer Gott. Aber es geht darum, dass dann danach, nach dieser Gotteserfahrung, eben Gott oder Bewusstsein die Erfahrung des Menschen macht. Die menschliche Erfahrung, Mensch zu sein. Mit allem, was dazugehört. Mit allen Gedanken, mit allen Phänomenen, mit allen Emotionen, guten wie schlechten, mit allen Gefühlen. Mit dem Verstand, mit dem Ego, mit allem. All das wird mitgenommen. Und gerade da unterscheidet sich für mich Jesus von Buddha zum Beispiel. Oder von vielen anderen, die auch non-dual oder wie er immer mal das nennen mag. Die Erfahrung, die Einheitserfahrung oder die Keinheitserfahrung gemacht haben. Diese Erfahrung des Einseins oder des Nichtseins. Was für mich dasselbe ist. Aber es geht das, was dann danach kommt. Das Beyond-Enlightenment. Paramat weiter, wie es ich auch gerne nenne. Das ist dieser Herabstieg. Diese Erfahrung des Menschlichen. Und da sollten wir Jesus suchen. Oder dort sollten wir in Jesus eine Art Vorbild sehen. Einen, der voranging. Nach dieser Erfahrung des Göttlichen. Christusbewusstsein ist in der Hinsicht dann für mich eine relativ niedrige Sache. Natürlich ist aus der Menschensicht etwas Wohes. Aber etwas relativ Einfaches. Diese Gotteserfahrung zu haben. Da bleiben dann viele stehen und stecken. Wo ich dann Christusbewusstsein den Begriff vielleicht eher nehmen würde, wenn ich ihn nicht so sehe, einfach in Verbindung nur mit Gott zu sein. Ich bin nicht in Verbindung mit Gott. Ich bin eins mit Gott. So wie Jesus sagte. Ich und der Vater sind eins. Und das gilt immer. Für jeden, der diese Erfahrung gemacht hat. Wofür für mich eine Art Christusbewusstsein stehen könnte, wäre noch in diesem Mitgefühl, in der Liebe. In dem, wo die Kundalini sozusagen vom Scheitelchakra ins Herz runterrutschen muss nach dieser Erfahrung. Dieses Mitgefühl, was Buddha schon auch hatte natürlich. Dieses Mitgefühl. Diese Barmherzigkeit. Dieses Mitgefühl mit dem Menschlichen. Oder überhaupt mit allem. Das ist dann die Christuserfahrung. Dieses Herz. Das Herz als Herzchakra zum Beispiel in der Mitte von den sieben Chakran. Genau in der Mitte als viertes Chakra. Zwischen den tierischen Anteilen und den göttlichen Anteilen. Genau in der Mitte. Dort beginnt Menschsein. So war Mensch gedacht. Halb Tier, halb Gott in einem. Mensch ist letztlich ein Gottmensch. Da gibt es so den Witz. Was ist das Missing Link zum Menschen? Das sind wir. Wir sind das Missing Link. Weil das Menschsein ist erst dann erreicht, wenn das passiert ist. Wenn das ins Herz gerutscht ist. Wenn das Bodhisattva sein geschehen ist. Wenn das echte Christusbewusstsein geschehen ist. Voller Mitgefühl. Das ist dann das Menschsein. Wo wir eins sind. Mit dem Menschen und auch mit dem anderen. Da liebe ich den anderen nicht so wie mich selbst. Sondern er ist ich selbst. Ich liebe den Nächsten als mich selbst. Und ich liebe den Nächsten deshalb, weil ich mich selbst liebe. Und nicht wie ich mich selbst liebe. Das ist ja ein Automatismus, der sich dann ergibt. Ja, das wäre so für mich einmal der erste Schwung, der zu der Frage kommt. Schauen wir mal, ob noch was kommt. Was bedeutet das für dich? Habe ich jetzt so ein bisschen beschrieben. Kannst du mit dem Begriff überhaupt was anfangen? Ja, bla bla. Ursprünglich eigentlich nicht so wirklich. Ja und nein. Diese Wiederauferstehung ist für mich auch so eine Sache. Das ist das, was beyond enlightenment geht. Und es nicht stehen bleibt nach dem Erwachen oder nach der Erleuchtung. Sondern nachdem dieses Nichts erfahren wurde. Diese Wiederauferstehung des Selbstes. Wie der Phönix aus der Asche. Ja, das Nirwana sozusagen. Dort steht für mich auch das Christliche. Und dann vielleicht, wenn du die Frage da noch gestellt hast. Die Zusatzfrage. Wie siehst du das, was in den christlichen Religionen daraus gemacht wird? Da muss ich schon eines sagen. Dass ich wieder in Frieden bin mit der christlichen Religion. Oder mit den christlichen Religionen. Das war ich natürlich irgendwann einmal nicht. Und habe ja deshalb meine Spiritualität vor allem im Osten gesucht. In den östlichen Lehren. Oder auch vorher schon im Westen. Bei Rosenkreuzern, bei Wicke. Alles mögliche habe ich gemacht. Aber wenn man dann erfahren hat. Dieses eine erfahren hat. Dann findet man es den Kern. Die eigentliche Wahrheit. In jeder Religion. In absolut jeder Religion. Und als mir da dann eine Bibel in die Hand fiel. Habe ich es natürlich dort auch gefunden. Im Neuen Testament ganz speziell. Natürlich, absolut. Diese ganze Jesus-Geschichte. Das ist für mich einfach eine Biografie eines jenes Bruders im Geiste. Die die Wahrheit gefunden haben. Die diese non-duale Verschmelzung. Ich und der Vater sind eins. Das Himmelreich ist inmendig in euch. All das gefunden haben. Das ist einfach ein Bericht. Und das ist eine frohe Botschaft. Das ist ja gerade die frohe Botschaft. Das ist schon alles gut. Alle Sünden sind euch vergeben. Von Anbeginn der Zeiten letztlich. Da kann man jetzt zu tiefer gehen. Aber es gibt von mir ein langes Jesus-Video auf YouTube. Oder ich weiß nicht, ob es das jetzt gibt. Da könnte ich lang darüber reden. Aber auch im Alten Testament. Da sieht man dann schön in den verschiedenen Büchern des Alten Testaments. Was haben die erfahren? Hat da jemand eine Einheitserfahrung gemacht? Oder eine Keinheitserfahrung? Eine Erleuchtung? Eine Erwachung? Eine Gotteserfahrung? Oder nur Selbsterfahrung? Oder war es überhaupt nur irgendein Drogentrip? Also da durchmischt sich im Alten Testament irrsinnig viel. Aus verschiedenen Sichten. Und manchmal ist es nur ein Moralpaket. Und das ist halt typisch, dass Religionen das dann verzerren. Das ist in jeder Religion. Das ist nicht nur bei der christlichen Religion. In jeder Religion gibt es Volksreligionen, die recht naiv daherkommt. So wie im Christentum Gott auf der weißen Wolke. Oder die Engel, die da singen mit Hafen auf einer Wolke. Oder was weiß ich. Das sind natürlich kindliche Vorstellungen für das gewöhnliche Volk. Früher gewesen, die nicht gebildet waren. Also eine Kinderbuchreligion sozusagen. Und das wurde daraus gemacht. Und jede Religion hat ein Moralpaket. Das dann mit der Wahrheit meist auch nichts zu tun hat. Aber wo es halt darum ging, im Lichte der Zeit die Menschen zu, sagen wir mal, ethisch, moralisch sinnvoller Dasein zu bewegen. Oder auch einfach nur als Selbstverteidigung, damit die Welt ein bisschen weniger barbarisch ist. Das gehört alles mit dazu im Paket von Religionen. Und dann gibt es die Deutungen. Dann kommt es ja darauf an, wie deute ich die Wahrheit. Wie verstehe ich sie, wenn sie mir nur berichtet wird. Also wenn ich es nur lese oder höre von jemandem, der es wirklich erfahren hat. Und dann nur lese wie ein Stadtplan. Ist ein Unterschied, ob ich in Paris war und den Eiffelturm gesehen habe. Oder ob ich auf einem Stadtplan lese, da soll ein Eiffelturm stehen. Die meisten Religionen sind nur mehr das. Das sind nur mehr Landgarten. Und Priester haben meist selbst nichts erfahren. Ja, das gehört alles dazu. Das ist in jeder Religion so. Und das will ich jetzt gar nicht speziell im christlichen werten. Im christlichen haben sowieso genug Verbrechen natürlich gemacht. Gegen diverse Urbevölkerungen und gegen diverse Frauen, Kreise, Hexen etc. Verbrennungen. Da war ich immer. Das hat mich ja von der Kirche seinerzeit distanziert. Diese Verbrechen. Im Namen Gottes, im Namen von Jesus. Da krampft es mich alles zusammen. Und auch sowas geschieht in jeder Religion. Die Missdeutungen, die Egos, die da entstehen. Aber es ist natürlich. Es ist völlig natürlich, dass das passiert. Weil das ist das Wesen von Religion dann, wenn es nicht authentisch kommt, wirklich aus jemandem, der das auch selbst erfahren hat. Und natürlich am Anfang jeder Religion ist jemand solcher gestanden. Überall in jeder Religion war jemand, der authentische Religionsgründe war, der verkündet hat. So wie Jesus und vielleicht hat er die ersten seiner Brüder Apostel und so, werden auch tiefe Erfahrungen gemacht haben. Aber dann verbessert das. Das ist völlig klar. Und im Laufe der Zeit gibt es Mystiker, die wieder authentische Erfahrungen haben. Die geben die auch weiter. Vielleicht hat es auch Päpste gegeben, die authentische Erfahrungen gehabt haben. So what? Darf auch alles sein. Kann auch alles sein. Ich möchte nicht so generell auf jeden Fall das Kind mit dem Bade ausschütten. Dass ich jetzt sage, so die christliche Religion, total schlimm. Die haben nichts mehr mit Christus zu tun. So ist es nicht. Da muss man sehr stark relativieren. Also nicht relativieren, sondern differenzieren. Und sich das jeweils im Einzelfall anschauen. Also ich habe kein grundsätzliches Problem mehr damit. Natürlich mit den diversen Problemen, die die haben, auch Kindesmissbrauch. Das ist alles zu verurteilen. Das ist schon klar. Und vieles ist halt Missverständnis. Auch ich werde missverstanden. Es ist völlig logisch, dass der Verstand sich eine Vorstellung macht. Wenn jemand über Erleuchtung oder Erwachen spricht, macht sich der Verstand eine Vorstellung. Und diese Vorstellung ist immer davor gestellt. Zwischen dir und der Wahrheit. Und das ist dann im Wege, sozusagen. Das ist auch beim Yoga so und das ist auch in Indien so. Ich hatte ganz andere Vorstellungen über Erleuchtung, als ich es erfahren habe. Oder als ich auch Gott erfahren habe, hatte ich vorher eine ganz andere Vorstellung. Aber danach habe ich mich erinnert an die, die darüber gesprochen haben. Ah, so war das gemeint. Das ist dann so dieses Aha-Lebnis. Ah ja, so war das. Nachher ist völlig klar. Nachher findet man, wie gesagt, die Wahrheit auch in jeder Religion im Kern. Aber vorher, der Verstand macht sich Vorstellungen. Das ist genau das, was es heißt, du sollst dir kein Bild machen. Das ist auch das innere Bild gemeint. Oder ist viel mehr noch das innere Bild gemeint, als irgendwelche äußeren Bilder und Skulpturen. Du sollst dir kein Bild machen von Gott. Da geht es darum, ein Inneres, keine Vorstellung. Und du wirst erst wissen, was es wirklich ist, wenn du es, das Gott, erfahren hast. Den Vater, die Mutter, das Selbst, das Eine, das Universum, den Kosmos, den intelligenten, bewussten Kosmos. Das Bewusstsein, das alles ist. Inklusive dem Nichts oder vor allem das Nichts, das eigentlich der Kern, der Nullpunkt innerhalb dessen überall ist und aus dem alles hervorgeht. Der das alles erschafft, erträumt. Und das bist du. Das ist ja die frohe Botschaft und dir kann nichts passieren. Du bist ja schon nichts. Das ist die frohe Botschaft. Das bist du. Namaste, hat mich sehr gefreut. Und ich wünsche euch noch, letztes Mal habe ich gesagt, einen schönen Sonntag. Das gilt nur für die, die es am Sonntag hören und die, die es auf Facebook hören. Also ich wünsche dir eine schöne Zeit. Namaste. Alles Liebe.